Per appunto prima, wie ho detto, definita da John Kelsey und Buster Keaton und Slapstick, quindi Clara hat auch einen enormen Sense of Humor. Also bei Clara ist es auch so, dass es nicht nur um allein sein und soziale Themen geht, sie hat auch einen großen Humor und geht auch viele Dinge mit subtiler Leichtigkeit und Ironie an. Ich möchte euch da auch zum Beispiel sehen, wie sie den Außenraum zum Beispiel ergreift und in Sant'Antonio zum Beispiel auf eine Zementkolonne hinauf geht oder bei der Wowery in New York plötzlich auf eine Angelstädte. Also, sono tutte delle azioni un po' nonsense, con le quali però lei appunto guarda diversamente lo spazio della città, della metropoli. Così come in un video che trovate dentro in una stanzetta, Moorwalk, dove appunto, alla Michael Jackson, lei attraversa una New York notturna e appunto è tutto il contrario della vita così frenetica che si trova in una metropoli. Ich könnte noch lang weiter machen, aber mir liegt das... Egalo.